In dem heutigen Video zeige ich dir einen richtig krassen GTA 5 Online Money Glitch, da du dir wirklich unendlich Chathons erglitschen kannst und das innerhalb von 5 Minuten. Gönn dir diesen ganzen Glitch, denn dieser Glitch wird dich auf jeden Fall nach vorne bringen. Bevor wir jetzt aber mit diesem Video beginnen, möchte ich dich auch nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Und zwar werde ich eine Verlosung starten und da kannst du ganz einfach mitmachen, wenn du das natürlich möchtest. Und zwar verlose ich 1 Milliarde GTA Dollar an meine Abonnenten. Wenn du bei dieser Verlosung mitmachen möchtest, musst du einfach nur diese 4 Schritte beachten und auch eben anwenden. Und zwar du musst erstens dieses Video liken, zweitens du musst meinen Kanal abonnieren, drittens du musst noch ein schönes Kommentar unter dieses Video schreiben und viertens unten in der Videobeschreibung ist ein Link von meinem Partner Loot4Games. Da klickst du einmal drauf und tust dich anmelden oder registrieren, dementsprechend was du schon getan hast. Wenn du diese 4 Schritte angewendet hast, bist du auch schon registriert bei diesem Gewinnspiel und da wünsche ich dir natürlich sehr viel Glück bei diesem Gewinnspiel. Loot4Games ist deutschlandweit der günstigste Anbieter für Unlocked Accounts und Moneybooster in GTA 5 Online für alle Plattformen und dort gibt es die krassesten Osterangebote, die es jemals gegeben hat. Allererster Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf die Seite Loot4Games und aktiviert gleichzeitig die Osterangebote. Also allererster Link in der Videobeschreibung kommt ihr auf die Seite und aktiviert die Angebote. Wie ihr hier schon sehen könnt, gibt es hier die Möglichkeit Geld und Level für den eigenen GTA Account zu kaufen oder eben einen fertigen Unlock All Account oder gemoddete Outfits oder gemoddete Autos zu kaufen. Ihr könnt bis zu 1 Milliarden GTA Dollar kaufen auf Loot4Games und bekommt derzeit einen Bonus von 20%. Und außerdem, wenn ihr den Rabattcode zusätzlich GLOPERYT, also GLOPERYT, wenn ihr diesen Rabattcode am Checkout eingebt, bekommt ihr zusätzlich zu den bestehenden Angeboten und Rabatte nochmal einen extra Rabatt von 10%. Also wenn ihr euch was holen wollt, einfach den allerersten Link in der Videobeschreibung benutzen. Dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach auch gleich mal an mit diesem ganzen Glitch. Und zwar, du musst wie gesagt im Casino sein, musst ein bisschen Chatons haben. Es ist egal, wie viele Chatons du hast, Hauptsache du kannst ein bisschen spielen. So, am besten mindestens 10.000 Chatons. Das sollte sein, es geht auch weniger. Also wenn du weniger Chatons hast, ist das auch okay, aber mit 10.000 Chatons bist du auf der sicheren Seite. So, das Beste, was du machen kannst, du kannst das Ganze hier machen. Du kannst das Ganze in den ganzen Chatons Glitch hier machen, du kannst den ganzen Chatons Glitch auch hier bei dem VIP. Bei den VIPs kannst du das Ganze eben auch machen oder du machst das hier auch an den Automaten, da geht das auch. Ich persönlich mache das Ganze eben hier, weil das halt am simplesten ist und am einfachsten ist. So, wir laufen da einfach mal hin, gehen einfach zum rechten Tisch. Was wir natürlich jetzt beachten müssen, ist, dass wir in einer Sitzung sind nur für Spieler mit Einladungen, also Sitzung nur für Spieler mit Einladungen. Soll eine Sitzung musst du eben drin sein, in keiner anderen Sitzung funktioniert das, auf keinen Fall in einer öffentlichen. So, dann musst du unter Optionen hier einmal aus spawn.letzter Ort sein und Spielersuche auf geschlossen. Das sind auch zwei Schritte, die du beachten musst und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. So, wie du siehst, sind wir jetzt hier vor dem Tisch. Wir müssen als erstes jetzt hier das Interaktionsmenü hier ganz kurz aufrufen, dann einmal hier auf Aussehen, Accessoires und irgendwas ändern, dass unten rechts eine Ladeschnecke erscheint. Ganz kurz, wir sehen hier unten rechts ist eine Ladeschnecke. Dann gehen wir zum Tisch und jetzt ist es wichtig, wenn wir zum Tisch gehen, wird oben links eine Meldung erscheinen. Sobald diese Meldung erscheint, müssten wir das Ganze jetzt bis 25 zählen, also so 21, 22, 23, 24, 25. Und dann drücken wir die rechte Pfeiltaste unter X, dann setzen wir uns jetzt eben hin. So, und wichtig ist jetzt, dass wir hier spielen mit vollem Einsatz. So, vollem Einsatz machen wir das Ganze hier einfach 5.000, überall 5.000 oder hier 5.500, überall den vollen Betrag oder das Maximum, was du eben einsetzen kannst. Dann leg dir das jetzt hier hin. So, jetzt gewinnst du auch, du gewinnst zu 100%. So, jetzt leg dir das hier auf, so. Und wir sehen, wir haben gewonnen, 15.000 Chattons. Gehen jetzt hier einmal auf Kreis, also stehen eben auf. Und wichtig ist jetzt eben, dass wir jetzt hier die Optionstaste drücken auf Online. Gehen einmal auf Jobs, Jobs spielen von Rockstar Stellt, Deathmatch. Und jetzt ist es wichtig, dass wir genau in diesen Job reingehen, sonst funktioniert der ganze Glitch nicht. So, jetzt wird es eng, da müssen wir rein. Da drücken wir einmal X. Jetzt, dieser Job ist nur, den kannst du nur alleine spielen, aber da gehst du einmal rein. So, drückst du einmal auf OK. Sobald du dann jetzt hier auf OK gedrückt hast, sollte das Ganze hier jetzt hier auch spawnen. Und wir gehen hier auch wieder raus. Wir gehen hier raus. So, 21, 22, 23, 24, 25. So, man muss bis 25 zählen und dann geht man wieder raus. So. So, das Ganze lädt hier jetzt ganz kurz. Und wir sollten hier jetzt spawnen. Und gehen jetzt wieder rein ins Casino. Und du solltest sehen, dass deine Chattons sich drastisch verändert haben. Das gehen wir jetzt einfach mal. Wir gehen hier einmal in das Casino hier rein. So. Laufen einmal rein. Und das Ganze funktioniert wirklich überall. Egal, wo du das Ganze machst, du musst nur das so machen, wie ich das hier auch mache. Und wir sehen, wir haben 458.600 Chattons. Leute, wir haben einfach mal 200.000 Chattons Plus gemacht mit diesem Glitch. Und das Ganze innerhalb von 4 bis 5 Minuten macht den Glitch auf jeden Fall nach. Denn wenn ihr das wirklich öfters anwendet, das Ganze ist unlimited. Und sonstiges funktioniert auf der Playstation 4, Playstation 5, Xbox oder auch PC. Mach es und dann bist du ganz schnell auf deine Millionen Chattons und bist reich in GTA 5. Und dann würde ich sagen, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Kloporino.